SABILITY AI macht jetzt auch Geräusche Urheberrechtlich sind Geräusche so eine Sache. Gehört das Quietschen der Reifen dem Fahrer, dem Fahrzeughersteller oder den Bauarbeitern, die den Asphalt auf die Straße gebracht haben. Die gute Nachricht, wahrscheinlich niemandem, denn das Urheberrecht schützt nur etwas, das als persönliche, geistige Schöpfung gelten kann. Deshalb dürfte die Debatte um KI-generierte Geräusche auch entspannter verlaufen, als die um eben solche Bilder oder Videos. Gleichwohl dürfte eine solche KI zu Umsatzeinbußen bei den Betreibern kostenpflichtiger Soundbibliotheken führen. Die finanziellen Gewinner sind dieses Mal Podcaster, Video-Creator, Hörspielgestalter. Endlich profitieren Kreative also einmal von den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Zum Hintergrund, Stability AI hat einen Open-Source-Audio-Generator veröffentlicht, der Musik, Sprache und andere Klänge aus Text erzeugen kann. Stability Audio Open nutzt große Sprachmodelle und Diffusionsmodelle, um hochwertige Audiodaten zu generieren. Andeller können einfach einen Text eingeben und das Modell erstellt daraus realistisch klingende Audio-Clips. Die Technologie könnte Anwendungen in Bereichen wie Musik, Podcast und Sprachassistenten finden. Stability AI plant, den Quellcode und Modelle öffentlich zugänglich zu machen, um Entwicklern die Erstellung eigener Audio-Anwendungen zu ermöglichen.